und herzlich willkommen leute bei einer neuen folge dvd heute bin ich der killer und bei mir sind als opfer kailan wo bist du hallo dann sevi hallöchen und moon gov hi ich hab jetzt kailan ich hab mich da raus ich möchte nur sagen im gegen das zu allen anderen war ich immer nett zu dir ich habe sie auch nichts getan ja gar nichts ein kleiner schleimer killer sie viel was dich als erstes anhaken ich helfe doch immer wenn wir killer sind machst uns immer wieder geil gar nicht wahr ihr seid die die euch gegenseitig beleidigen zuschiebt ich hab mich da auch gleichzeitig beleidigen wenn nämlich nicht ich hab dann gefallen bei dir offen dass mich runter kommt dir das bekannt sei oder in meiner situation sie echt ist der feinste ich wollte grad sagen die liegen fallen überall rum ich glaub bei schatzi war das nur so bei dem raum geworfen na wie geht's dir? ich hab grad ne falle gut an dir dann hast du dir wieder nebeneinander gespawnt anscheinend ist nicht schlimm cheatet ihr? ja die cheaten heimlich allesamt wir haben eine opfergabe stell dir mal sicher dass wir nebeneinander gespawnt ah ok das war die falsche richtung oh du hast dich nebenbei gebodyblockt das war aber keine absicht er wollte dich eigentlich äh body äh naja nein ich dachte bodybumsen ja du weißt wie intensiv ich darauf reagiere da werde ich gleich zum prüfer ich dachte der kommt von drinnen deswegen wollte ich mich dahinter stellen damit ich ihn besser sehe und dann reagieren kann ich könnte ja nicht ahnen dass er davon kommt ja oh schock dass er davon kommt das ging aber schnell er kann dich nicht schocken es ist nicht der doktor wir sind wenigstens ein richtiges ehepaar wir machen uns gegenseitig fertig ihr quatscht ja nur was ein langweiliges ach leck mich doch an der tasche geschissen ja will ich ja aber du kommst ja nicht vorbei natürlich ich glaub ich seh dich als opfergabe ich einmal pro runde und das immer nur wenn der killer hinter dir herrennt ja normal ne ja komm her ich leck dich gib probleme leck dich wo du willst komm her äh äh liebling der will mich ne frau ablecken nicht irgendeine dann geht Schatzi, 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 wo bist du denn, leck an mir, wie an einem Lemmlerling. Habe ich ihn abgehangen. Guck mal, wie nett ich bin. Ja. Ich zeig mir meinen Schritt. Uh. Oh, oh. Ey, hallo? Ah, Dosen. Komm mit. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Nee. Oh. Du kannst es noch üben. Okay. Ich lasse mich gleich nochmal niederhauen. Es gibt immer noch Verbesserungsfröhung. Ja, immer. Schatzi, du wolltest ja mehr lecken. Leckst du jetzt? Ja, wenn du nicht herkommst. Leck an. Ja. Tu so, als wäre ich ein Salzstein. Leck an dir, du kleines Stück. Komm, wir treffen uns mitten im Feld. Bei dem dritten Maiskolb von rechts. Posaun ist noch lauter. Okay. Meinst du jetzt meinen Maiskolb oder deinen Maiskolb? Oh, 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 oh. Mach dir einfach den Generator an der Arsch. Entschuldigung. Ja. Steck mich schön im Dunkeln. Was macht er? Generator an. Entschuldigung. Ich dachte, wir machen den noch schnell fertig. Ja, hast du. Hast du fein gemacht. Ja, siehst du? Hm. Wo bist du? So still. Ja. So unheimlich still. Seid ihr sicher, dass es der Fallensteller ist und nicht der Weiß? Nein, es ist der Fallensteller. Ich habe mich schon öfter mal gesehen. Ich wurde schon von dem Mann gehitzert. Es ist der Geist. Der Geistersteller. Der Geister. Ist da nicht gerade eben schon mal ein Generator angegangen? Ja. Warum nicht so? Ah, da ist eine Falle. Äh, übrigens, da ist eine Falle. Ach, echt? Ich habe die nicht gesehen. Ja, ach echt. Es ist aber echt gut, dass du mir das jetzt sagst. Da war eine Falle. Wollte ich nur was sagen. Als ich es noch nicht wüsste, da war eine Falle. Wollt ihr mich verarschen? Wieso? Bisschen. Komm her, Schatz, jetzt kann ich sie lecken. Jetzt weißt du, wo ich bin. Okay. Engelchen, hau ab. Ich will Schatz sie lecken. Okay. Ich darf nicht daraus. Ja, ja. Ist besser so. Ja, sehr viel. Aber. Siphi, bei dir will ich nur kneten. Äh, an was? Ja, an was wohl? Aber an der Knetmasse natürlich. Nicht, was du wieder denkst. Kleines, perverses Schweinchen. Komm her, ich will dich lecken. Mhm. Mann, das kommt einfach nicht. Doch, jetzt. Jetzt komm jetzt her. Oh ja. Siphi, wie weit bist du? Äh, wie weit? Am Generator her. Ich bin nicht an einer Generator-Show. Ich nicht. Leck mich. Nein, ich suche einen. Oh ja, von hinten. Dann könntest du auch schon, falls du... Du magst es doch, oh ja. Oh ja. Sieht sich ein bisschen so aus. Falls du Hefeklöße siehst, kannst du auch schon mal da in der Nähe bleiben. Äh, Schatzi, ich hab keine Ahnung. Du könntest schon mal die Hefeklöße in Richtung Ofen schieben. Ja, mach das. Hä? Macht man den nicht drauf? Ja, eigentlich schon. Wow, nein, bin ich nicht. Ich bin nicht hier. Nein, 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 nein. Ich bin ja gar nicht da. Das ist der Falsche. Du hast gerade jemand anders gejagt. Geh den jagen. Oh, nein. Wie nett. Guck mal, da ist die Lupe. Das war das, was ich als ersterste sehe. Oh, hi. Hi. Du warst ein bisschen schneller als ich, scheinbar. Wieso? Achso, warst du noch nicht hier gerade? Nein, nee, ich war noch nicht fertig, als wir fertig waren. Achso. Hattest du einen Generator oder war das der andere? Nee, es war mein Generator. Es gibt Hilfe-Klößen. Aber diesmal hast du. Das musst du doch gut tun, oder? Ja, oh ja. Entschuldigung, Leute. Was denn? Es jagt mich. Naja, geht nicht. Aber jetzt ein S. Nicht er jagt mich, S. S-Falschsteller. Ich wurde rausgeprügelt. Oh, faulschbar. Mensch. Ich schrecke dich. Ja, können wir weggehen? Okay. Wenn es denn sein muss. Weinst du nicht, ich sollte vorlaufen? Kommt drauf an, aus welche Richtung er kommt. Du kannst vorlecken. Okay. Oh, ruckelt das zu gucken. Irgendwie ja, ne? Irgendwas macht's aber bei jedem. Ja. Guck mal, der ist ja auf den Ausgang. Schnell hin. Jetzt nicht, wolltest du nicht durch die Luke raus? Naja, ich weiß jetzt noch, wo die Chase Luke ist. War die nicht in den kleinen Höllchen? Ich laufe da jetzt nicht mehr hin. Warum nicht? Sackte sie und rannte los. Rannte los. Komm, oh ja. Ähm. Was? Ich weiß ja nicht, was du da befummelst. Nicht, aber nicht. Ich weiß, aber es ist geil. Oh ja. Das sieht aus, als würde er so ein Fandomimisch. Guck mal, so gearrag ich's meiner Frau. Oh ja, ja. So mach ich das. Ja, find ich gut. Komm, wir gehen. Ja. Wolli, wie laut das ihr bei mir Seite an Seite ineinander einfach raus hattet. Hand in Hand! Ja. Nicht unsere eigenen Hände, aber hauptsächlich sind Hände. Die haben wir da gefunden, die Lahren da so rum. Weiter! Weiter! Bist du mit der Killerauswahl sicher? Unready. Mach den doch nicht sowas! Nicht das, was ich noch mal überlegt! Ja, doch! Aber nicht, dass es wieder ein Waffen kraften. So Schnucki. Nehme ich immer. Schnucki? Diesmal bist du dran. Womit? Ja, mit Fummeln. Mit Schatzi an Daumen vom Haken holen, oder Fummeln, oder aus Bärenfallen befreien. Bärenfallen, befreien, vor allem. Ja? Du musst das stets und ständig an der Hand nehmen, im wortwörtlichen Sinne. Dann immer so erstmal da heilen. Macht mir das schneller vorbeigehellt. Echt mal heilen? Bitter süße Ironie. Wenn dich das Spiel nervt, dann muss man was anderes aufnehmen. Ah, das ist Green, hab ich gesagt. Hör mal zu. Nö. Äh... Echt jetzt? Das glaub ich einfach nicht. Junge, will uns das Spiel irgendwas sagen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, es war richtig, dass wir eine Tochter adoptiert haben. Alter, das glaub ich doch mal nicht. Jedes Mal beim Beginn, ey. Ihr habt dafür echt nen Turk, oder? Nein! Ja! Ihr habt einen, einen eingebauten vielleicht. Ihr habt dafür ne Mod geschrieben. Hab ich die Mod geschrieben. Ich kann zwar viele Sprachen... Es ist ein Geist. Oh! Es spielt mit seinen Glocken. Cool. Und es jagt schon wieder Milch als erstes. Okay, so dann zu sicher. Das war der erste Tag. Das war der erste Tag. Und mein Schotzi auch. Und mein Zucki auch. Genau. Es sei denn, du schmierst die natürlich an uns ab. Versuch's natürlich nicht. Das hab ich auch grad gemacht. Hast du toll gemacht. Ja, ne? Wie lieb ihr euch habt. Weil alle anderen so, du Arschloch! Und wir so... Ah, das hab ich auch gemacht. Guck mal, das passt sich schön. Wir haben doch auch mal den erstmöglichen Generator, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, jetzt trennen wir uns doch noch mal. Gucken, wann wir uns das nächste Mal sehen. Bestimmt, wenn du wieder angeschnitzelt bist. Ja, wahrscheinlich. Der erste Generator geht nach Fluss, und dann wird geschnitzelt. Ah. Äh, Engelchen? Hi! Deine Liebhaberin! Ich fand hinten geschnüffelt. Feuer! Ähm, da ist ein Geist. Oh! Wirklich? Ich kann ihn riechen. Na was riecht er denn? Ich glaube, ich hab mir grad ein Nasenhaar verschluckt. Ähm. Ähm? Ähm? Ähm, 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 ähm. M und F? Asi? Assi? Asi, magst du mich nicht? Naaaah, Entschuldigung für mein Jungenweil. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. War schon immer da. Ich mach neben ihnen einen Totem kaputt. Denkst du scheiße, jetzt bist du dran, ne? Läuft er einfach weiter. Das ist mir vorhin aber auch passiert. Ich krieg grad niemanden also, ob ich fertig bin. Guten Tag! Guten Tag! Oh, guck mal, Swinger Party! Guck mal, Schätzi hat seine Liebste und seine Frau. Und meine Liebste Frau. Die Liebste und die Frau. Na, die First Lady und die Second Lady. Wer was ist, das überlasse ich eurer Fantasie. Übrigens, wo ist denn eigentlich unser kleiner Engel? Wo ist der Heiler? Er hat grad Spaß mit Hasen. Ja, genau. Ich hab so ein Geist hier irgendwo. So eine Geisterei. Kann jemand über die Palette hier? Hä? Welche? So eine Palette. So? Ich konnte da grad nicht rüber. So? Weil Schatzi davor stand. Ich kann da nicht rüber. Ja, natürlich. Ich auch nicht. Warum auch? Wie Liebling das nicht kann, kann ich das auch nicht. Punkt. Wir konnten aber wirklich nicht rüber. Ich stand davor. Ich hab dir zugeguckt. Das ist irgendwie lustig. Ja. Ja, vor allem. Wurde hier nicht mal Space angezeigt oder so? Ja. Wurde hier nicht mal angezeigt. Ja. Äh, guck mal. Hi. Uh. Antatschen, antatschen. Pummelparty! Ich will das antatschen. Oh ja, guck mal da. Au! Ja! Das ist wirklich so schlau. Er kommt. Echt? Woher? Er kommt! Ja, er kommt! Hasi. Ich bin nett zu dir. Guck mal, du hast einen. Ich wickel mich auch frei. Wenn's wenigstens so aussieht, als würde ich mich nicht opfern. Ja. Ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hallo. Aua. Äh, Baum. 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 Das hat sie übrigens mit mir auch gemacht. Nein, nein. Ich bin gefallen. Wieso nein? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich dachte, er kommt von einer anderen Richtung. Das kleine Schatzilein steht da einfach rum. Das ist, wenn man einen Moment träumt. Einen Moment vor allem. Das war mindestens anderthalb Minute. Ja. Ähm. Du kannst jetzt einfach immer zu dir fahren. Riepiks mit anfassen. Riepiks mit anfassen. Gleich liegt ja alle drei da. Das war mein Ziel. So. Jetzt kann ich zu dir kommen, Schatzi. Dadadadada. Äh, natürlich. Nimm doch mich. Nein. Nein, nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Lass meinen Geliebten. Nein, 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 nicht. Geh ich jetzt. Dadadadadam. Liffi. Er hat mich gemobbt. Er wollte mich nicht. Das ist nicht mal ein Problem. Danke. Hättest du dein Kind noch ein bisschen besser erziehen müssen. Das ist nicht mein Kind. Klar. Das da, ja. Harsi, aus. Harsi, du kriegst du Stumaress. Harsi, jetzt reicht's. Jetzt kriegst du Stumaress. So. Harsi, jetzt hast du Stumaress. Übrigens, der Haken ist noch besetzt. Ja, deswegen. Schmeißen wir dich mal da mit hin. Guck mal, den Po. Der liegt geil. Ja, bitch. Kriech auf dem Boden für mich. Hi. Jups. Das was very klug. I must say. Wir wollten doch alle zusammen ne Runde abhängen hier. Dadadada. Nein, wir wollten nicht mit dir. Das haben wir nicht gesagt. Ähm. Du solltest uns heilen. Ja. Ja. Das Clevere daran ist, er kann uns nicht alle an denselben Haken hängen. Ja, voll clever. Ja. Übrigens, ich häng ja schon. Aber wie Schnucki schön am Arsch der Welt sitzt und ein Generator macht. Ja. Ja, einer muss das ja machen, wenn ihr das Morscht an der Ort hinlegt. Mhm. Wir wollten halt bald mit dir schlafen, aber du kommst dann wieder zu. Hier gibt's keine in der Nähe mehr. Ach nee. Hab ich auch nicht vor. Lass mich wieder zu Schatzi. Alter, ist das noch campen? Wenn da drei Leichen rumliegen? Keine Ahnung. Na, noch sind's keine Leichen. Ich fühl mich aber schon so, als ob. Der weggekrochen ist. Jetzt kann er weggekrochen. Ähm. Das wär die. Äh? Ich häng am Baum fest. Geil. Ähm. Gehst du Punkt, Punkt, Punkt holen? Ich geh Punkt, Punkt, Punkt holen. Ne, brauchst du nicht. Ich bin gleich tot. Leute, ich kann mich grad nochmal bewegen. Hast du dich einfach in der Ecke gebackt, wo du nicht mehr wegkommst? Ja, ich kann mich grad nicht mehr bewegen. Das ist geil. Das war aber wirklich die Rettung in letzter Sekunde, oder? Ja. Ja, gut. Wo steckst denn du? Vielleicht können wir dich da rausholen. Dann. Ich will auch. Okay, ich tu mir nächstens so. Ich tu mir nächstens so. Du beobachtest das Ganze. Kannst du auch schneller die Generatoren bitte machen? Wo steckst denn du? Irgendwann am Baum fest. Ich hab Herzschlag. Da. Oh. Dann hol ich mir kurz was zum Essen. Ähm. Da. Da. Man kann auch durch den Durch... Nein, kann man nicht. Hä? Warte mal. Wo ist der denn? Hier am Baum. Hä? Hier. Mal kann man durch den Durchrennen und mal nicht? Okay, lass uns schnell Generatoren machen, damit die Folge zu Ende dann geht. Hat ja keinen Sinn. Da kann ich durch den Durchrennen. Also jetzt versuch mal... Schlag mal einfach uns K.O. Er ist nicht da. Ich glaub, er ist nicht da. Ja. Jetzt ernsthaft? Ja. Ja, er ist gegangen. So, machen wir die Generatoren fertig. Was soll das denn? Hasi. Ja. Hasi. Kann man sich jetzt jemand vorstellen? Mal gucken, kriegt man vielleicht... Kann er schlagen? Hier, schlag nicht mal K.O. Kann gar nix machen, außer da jetzt zu schlagen und dann aber... Naja. Ja, lass uns mal hochzunehmen dann. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. Jetzt versuch mal hochzunehmen. So, kannst du mich hochnehmen? Nicht wirklich. Wie nicht wirklich? Er macht einfach gar nix dann. Ist das cool. Ich kann schlagen, aber wenn ich Space drück, passiert einfach dann auch gar nix. Okay. Alles gefixt. Ist das... Gar kein Problem. Ist das wie mit der Palette von Boyden? Ja. Cool. Ich wünsch dir hier wäre ne Palette. Hat was? Gut, dann gehen wir noch... Wo ist der letzte Generator? Ich hab'n fertig. Wir machen jetzt sensibilis. Geh ab zum Ausdruck. Da kann man sich auch nicht irgendwie zwischendrängeln, dass man ihn da rauskriegt oder so. Achso, warte mal. Das kommt noch mal versuchen. Warte mal. Was? Ähm. Hat jemand ne Taschenlampe grade? Guck mal so. Unsichtbar. Nein. Da liegt das. Schade. Nicht unsichtbar. Macht Spaß. Es ist jetzt natürlich doof. Okay, dann lass ihn schnell raus. Mach dir keinen Sinn dann. Ich kann den Baum ihn hauen. Das ist sehr frustrierend. Kann ich den Baum so hauen? Hau den Baum. Hau den Baum. Hau den Baum. Herz verdient. Komm schon. Oh man. Ich kann den Baum hauen. Ich muss etwas. Ich kann den Baum hauen. Was? Manche kuscheln den. Er haut ihn. Was soll's. So. Das war's dann für die Runde. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüß. Tschüß.